Mit delikaten Torten und Kuchen, köstlichem Kaffee und einem tollen Frühstück punktet das Café Büttner. Der Meisterbetrieb wird von Konditormeisterin Carolin Hollweg-Plegat geführt, die eine riesige Torten- und Kuchenauswahl bietet. Darunter finden sich zum Beispiel die leckere Käsesahnetorte und saisonale Varianten wie die Erdbeerjoghurt-Sahnetorte. Ein weiteres Highlight ist das Frühstücksangebot, das man sich nach Herzenslust sogar selbst zusammenstellen kann. Unbedingt probieren sollten Sie außerdem das nach uralter Rezeptur hergestellte Holzofenbrot. Kaffeeliebhaber werden von der Hausmarke Café da Lagoa begeistert sein, die das Öko-Zertifikat der Rainforest Alliance besitzt. Großer Beliebtheit erfreuen sich außerdem die Geschenkgutscheine. Wer nach einer geeigneten Location für sein Fest sucht, ist hier ebenfalls genau richtig. Café Büttner – ein Gastronomiebetrieb mit Prädikat – sehr empfehlenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017